Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Ich möchte euch herzlich einladen zu einem Freitags-Stream der besonderen Art. Nämlich heute ab 20.30 Uhr auf Twitch wird es so eine Art Zwischenprojekt geben, ein One-Shot. Ich möchte nämlich mit euch eines der vielleicht besten Rollenspiele aller Zeiten mir mal anschauen, Ultima 7. Vor über 30 Jahren erschienen das Spiel. Ich habe damals Teil 2, Ultima 7 2, auch gespielt gehabt. War wahnsinnig beeindruckt, habe es aber nie irgendwie fertig gebracht. Damals und wurde jetzt wieder daran erinnert durch unseren wunderbaren Blätterabend mit Pretty Old Pixel. Den könnt ihr im Übrigen auf Steinwallen Uncut, meinem Zweitkanal, Link in der Videobeschreibung auch nachschauen. Da haben wir über drei Stunden uns wunderbar unterhalten über Spiele aus dem Jahr 93. Und da spielte eben Ultima 7 auch eine Rolle. Das Ganze kann man übrigens heute auch spielen, kaufen auf Good Old Games für sehr, sehr wenig Geld. Da kann man beide Spiele kaufen und es gibt zwei tolle Mods, die das heute sehr gut spielbar machen. Und die werde ich nutzen. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, wie es wirkt heute. Falls das gut funktioniert, falls es spannend ist, falls es Spaß macht, dann ist das tatsächlich für mich auch ein potenzielles Let's Play Projekt für den Rollenspiel-Slot. Wir werden sehen. Ja, das heute Abend. Wir starten aber wie gewohnt mit einem Whisky-Tasting. Allerdings werde ich heute vermutlich kein Whisky trinken. Ich bin nämlich gesundheitlich immer noch ein bisschen angeschlagen, aber auch nicht so richtig krank. Ich kann auch nicht die ganze Zeit faulenzen, also macht den Stream. Aber Tasten werde ich wahrscheinlich nur moderieren. Da muss der Chat dann ein bisschen helfen und schreiben, was ihr schmeckt so und was gerochen wird. Da kann ich wahrscheinlich nicht so viel beitragen. Ich freue mich auf den Abend. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend ab 20.30 Uhr auf Twitch. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.